Das ist Familie Weber. Papa Alex hat einen Sommerurlaub gebucht, weiß aber nicht, wie er mit seiner Familie zum Flughafen kommt. Familie oder Freunde fragen ist ihm unangenehm. Deshalb macht er sich gemeinsam mit seiner Frau Sophie im Internet auf die Suche. Sophie stößt auf www.airport-shuttle.de und ist vom angebotenen Preis-Leistungs-Verhältnis begeistert. Sofort bucht sie einen Minibus, der zwei Wochen später pünktlich vor ihrer Haustier steht und Familie Weber zum Flughafen befördert. Nach dem Urlaub wieder am Flughafen gelandet, wird Familie Weber bereits freundlich von ihrem Fahrer mit einem Namensschild empfangen, bekommt Hilfe mit dem Gepäck und wird bequem und glücklich nach Hause befördert. Machen auch Sie es wie Familie Weber und buchen Ihren Shuttle bei www.airport-shuttle.de Der bequeme Weg zum Flughafen www.airport-shuttle.de www.airport-shuttle.de